Möller ist nur noch auf Herrn Oberhausen, hallo. Dinge hier in Fraser, was ist denn da das ganze Problem? Der versteht nämlich nicht, warum er einen hohen Leistungsanspruch hat. Gut, das hab ich mir gedacht. Ihre Nummer stand auf der Bescheidung drauf, das Ding. Können Sie mich denn sonst mit jemandem verbinden, der mich da... ... 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